So, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ähm, ja, in diesem Part wollen wir unser Haus weiterbauen. Und, oh, ich hab Hunger. Aber zunächst schalte ich noch auf Peaceful, weil wir jetzt da bauen und ich hab keine Lust, dass dann die Monster auftauchen, während wir bauen. Das ist ja total uncool. Ach ja, ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass ich etwas müde bin als sonst, weil ich habe eine Nacht durchgemacht. Also daher, äh, nicht irgendwie verwundet sein, falls ich irgendwie, ähm, so still sein werde. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich müde bin. Ja, ich mach's so scheiße, ich schwör's euch. Ah, gut, wir können erst wieder rennen, wenn wir unsere Nahrung wieder voll haben oder unseren Hunger gestillt haben, whatever. Äh, ja, wir haben hier noch ein paar Melonen. Wo ist unsere Karotte? Hier ist sie, genau, die brauchen wir jetzt auch gleich. So, vorher gönne ich mir noch ein bisschen was zum Futtern. Hüpf! Das hab ich auch noch nicht gesehen. Die Tür öffnen und gleichzeitig eine Melone fressen. Naja. Ähm, ach so, ja, jetzt brauchen wir jetzt zunächst Holz. Holz ist ein wichtiger Bestandteil eines Haus... Was ist das? Aha, du kannst hier nicht rein, weil du nicht durch die Tür gehen kannst. Dumme Q. Okay, ähm, ja, also, jetzt werde ich diesen Baum hier einfach mal abholzen und werde euch irgendwie versuchen, trotz meiner Müdigkeit euch jetzt irgendwie die Zeit vergehen zu lassen, während ich hier jetzt dann mit dem Abbau von Holz beschäftigt bin. Ähm, ja, und wie immer, fällt mir kein Thema ein, das ist immer wieder typisch. Wie soll es auch anders sein? Hey, es rennt sich sogar. Gut, ja, wie soll ich das kommentieren? Wir kommen bei dem Holzfäller Simulator 2013. Scheiße, das will ich doch gar nicht. Ich brauch keine Blätter. Ich find's so umständlich, diese Bäume da abzufällen. Ich will eine Timber-Mod, warum hab ich die nicht installiert? Vielleicht, weil es die noch gar nicht gibt. Und vielleicht, weil ich nicht danach gesucht habe. Ach, komm, kleiner Leck. Kleiner Hangover. Okay, äh, oh, 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 hier ist viel Holz. Oh, ist ja ein Dra... Verdammt. Jetzt bin ich da runtergefallen. Na, brauchst gar nicht zu gucken. Blöde Kuh. Ich bin echt überall Küh. Ich hab noch kein Schaf gesehen. Was ist da hinten? Die Kühe sehen auch manchmal so aus wie Schafe, deswegen... Ah! Hallo? Ist hier irgendwo ein Schaf? Alter, hier sind überall Kühe. Wo bin ich denn hier gelandet? Ohne Scheiße, das ist das Hauptquartier der Kühe. Und der Schweine. Der schwarzen Schweine. Das schwarze Schweine. Okay, ähm, naja. Ich glaube, ich sammle jetzt erstmal so ein bis zwei Stacks. Und dann können wir mit dem Bau unserer Hütte schon mal anfangen. Die wird nicht so groß sein wie die in unserer alten Welt. Weil sonst sind wir hier wieder 50 Parts daran beschäftigt. Und dann ziehen wir wieder um. Und das ist dann ein Teufelskreislauf dann. Aus dem wir nicht mehr rauskommen. Weil wir immer an eine neue Landschaft hinwollen. Und dann... Und dann... Gott, wahrscheinlich habe ich jetzt eine total andere Stimme als sonst. Keine Ahnung. Ich höre meine Stimme gerade nicht. Ich hätte aber die Möglichkeit, meine Stimme zu hören. Indem ich einfach ein Headset anschließe an meinem Mikrofon. Ähm, aber da besteht die Gefahr, dass ich manchmal zu laut spreche. Und übersteuere. Gott, diese Bäume. Ich hasse solche großen Bäume zum Abbauen. Warum mache ich es dann? Weil es Eichenholz gibt. Und weil ich allgemein nur mit Eichenholz baue. Obwohl mit Birkenholz kann ich auch ein paar schöne Gebäude bauen. Und es ist leichter zum Abbauen. Ja, mal schauen. Vielleicht wechsle ich dann auch zu Birkenholz. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Bei unserem alten Sumpfbäum hätten wir nicht so viele Möglichkeiten mit dem Holz. Da gab es erst nur ein Eichenholz. Und ein paar, äh, Nadelbäume. Ich glaube, die Musik kann, ist ein bisschen zu laut, kann das sein? Ne, 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 die ist nicht zu laut. Im letzten Part war sie wieder zu leise. Dafür war sie im vorletzten Part zu laut. Hm. Oder in der vorletzten Aufnahmesession. Ich lasse es jetzt einfach mal so und, äh, lasse mich überraschen. Also momentan läuft es auf 30. Ich glaube, das muss sogar ein bisschen zu leise sein. Aber ich traue mich jetzt gar nicht lauter zu machen. Weil ich Angst habe, dass ihr mich dann nicht mehr versteht. Ja, tut ihr sowieso jetzt gerade nicht mit dem Genuschel, was ich hier gerade abziehe. Na, wir müssen auch langsam mal wieder neue Bäume pflanzen. Na, wir müssen auch langsam mal wieder neue Bäume pflanzen. Aber, äh, was soll's? Ich bin hier der fröhliche Holzfäller. Ich habe immer meine Axt bei mir. Damit ich, falls ich einen Baum sehe, ihn gleich abholzen kann. Und dann habe ich dann später zu Hause sehr viele Baumstämme in meinem Lager. Das ist das, was echte Holzfäller ausmacht. Immer was auf Reserve haben. Okay, ich habe jetzt totalen Scheiß gerade geredet. Keine Ahnung. Okay, das mache ich nie wieder. Eine Nacht durchmachen und dann das Let's Play Part aufmachen. Äh, aufmachen, ja, aufmachen. Jetzt benutze ich schon falsche Adjektive. Ne, Quatsch, Tunwörter. Ah. Das ist die Frühjahrsmüdigkeit. Ja, aber das ist auch mal wieder ein Experiment. Ich habe ja vor, äh, ich habe ja als 100 Abonnenten-Special ein, äh, betrunkenes Let's Play gemacht. Und jetzt dann mache ich ein Let's Play, wo ich müde bin. Was kommt als nächstes? Ein beküftes Let's Play? Das hört sich wahrscheinlich so an. Hey, Leute! Oh, alles ist so, alles ist so wunderschön. Oh mein Gott. Alles ist so wunderschön. Ihr seid alle meine besten Freunde. Lasst mich euch umarmen, ihr Kühe. Oh. So wird sich das wahrscheinlich dann anhören. Ja, ich glaube, das Holz sollte für, für das Erste reichen. Gut, dann hier noch ein bisschen was nachpflanzen. So. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen Platz gemacht. Man merkt schon, es ist ein bisschen weniger hier als sonst. Also baum-mäßig meine ich hier, von der Landschaft her. Nee, nicht von der Landschaft, von den Bäumen her. Gott, ich ritt hier wieder in Bullshit. Egal. Schnell vergessen, was ich gerade gesagt habe. Gut, als nächstes, äh. Ja, hacken wir unsere Zigarrenschachtel ab. Ich weiß, das hätten wir. Ich weiß, die hätten wir gar nicht bauen müssen, wenn wir sie jetzt wieder abholzen. Aber hey. Alles, was sich im Leben ändert. Nee, Quatsch. Das Einzige, was sich im Leben ändert, ist, dass sich alles verändert. Cooler Spruch, den habe ich aus Ausbau geklaut. So, so sieht unser Haus jetzt, äh, aus und so wird es auch bis zum Ende des Let's Plays sein. Und ich werde es nicht umbauen. Doch. Also im Ernst, das mache ich nie wieder. So, äh, eine Nacht durchmachen und dann den Let's Play Part aufnehmen. Aufnehmen. Das geht nicht. Aber die Musik ist gerade ziemlich schön. Ich hoffe, ihr hört die Musik gerade. Falls nicht, dann tut es mir leid. Dann werde ich sie vielleicht einfügen, falls man die schlecht hört. Ich habe ja, ähm, vor drei Parts, glaube ich, nee, vor fünf Parts war das, ähm, als wir sinnlos durch die alte Welt gelaufen sind, Da habe ich auch diese Musik eingefügt, die, äh, ziemlich episch klang, die aus Fallout New Vegas war. So, und jetzt, ähm, hätte ich Panik, wenn wir nicht auf Peaceful spielen würden. Ich, ich schalte die Monster sobald ich, äh, sobald ich mich traue, wieder an. Und, das ist, und wenn ich mich traue, dann, äh, normal. Und der Punkt, wann ich mich traue, ist, wenn unsere, unsere Hütte fertig ist. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich jetzt, das, was ich sagen möchte. Ansonsten habe ich jetzt, äh, einfach nur scheiße geredet. Oh man, ich, wahrscheinlich höre ich mich gerade an. Wie ein Bekifter. Hm, ich glaube, ich, ich, vielleicht würde ich mal Slender so spielen, so müde, Slender spielen. Hallo Slenderman, ah, komm, da ist ein Bett, ja, komm, bring mich ins Bett, ah. Ey, was ist doch ich nicht viel für ein Müll? Ich schwöre es euch. Na ja, gut, immerhin kann ich euch ein wenig unterhalten, während wir hier jetzt die Hütte abbauen. Immerhin einen Sinn. Was hat das jetzt, dass ich müde bin? Genau, genau, ich hab, ich hab mich extra müde gemacht, damit ich euch jetzt unterhalten kann, ja, ja, ja. Nicht, weil ich, äh, die Nacht durchmachen wollte und die ganze Nacht, äh, Skyrim zocken wollte. Ne, 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 ich doch nicht. Ich bin da unschuldig, ich schwöre es euch. So, es steht nur noch unsere Tür und unsere Werkbank dort und das ganze restliche Zeug plus Fackel. So, ähm, ich überlege gerade, zunächst sollten wir vielleicht ein großes Terraforming betreiben. Ähm, ich weiß aber nicht, wie groß unsere Hütte eigentlich werden soll. Die sollte schon ein großes, ich glaube, ich baue sie hier lieber, weil hier ist alles einigermaßen eben und gerade. Aber hier vorne gefällt es mir eigentlich besser. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Erde, ich schaue mal, ob wir Erde haben. Aber ansonsten muss ich hier ein bisschen Terraforming betreiben. 60 Erde, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen wenig. Was meinst du? Schnauf mir nicht so an. Ach, nein, ich wollte ja keine Kuh schlagen, verdammt. Okay, jetzt muss ich mich vergiften. Ah! 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 Ah, das... Vergib mir, oh Herr! Ich werde niemals mehr eine Kuh schlagen. So, ähm... Ja, ich glaube, ich ebene es mal so. Mit dieser ägyptischen Musik, die könnte eigentlich passen, wenn wir in der Wüste wären. Aber naja, ich habe gerade jetzt wenig Auswahl in meiner Tagesplaylist. Ich glaube, ich muss noch ein paar Musiktitel noch einfügen. Momentan habe ich nicht so viele Lieder drauf in meiner Playlist. Na, was ist? Ich kann mir nichts in den drinnen Rücken zu. Schwarzes Schwein des Todes. Ich behalte dich im Auge. Während ich hier... jetzt, äh... Terraforming betreibe. Scheiße, dass wir keinen Sattel haben. Wir haben eine Möhre. Wir könnten uns theoretisch ein... Ja, ein Schwein bereiten. Ein Schwein bereiten. Tink pervers. Okay, äh... Ich glaube, ich brauche jetzt eine Hau, oder? Haben wir vielleicht eine Hau? Nein, wir haben keine Hau. Na komm, ich sollte nicht, äh... Ne, ne, ne. Erstmal mache ich hier das fertig, sonst, äh... vergesse ich wieder, was ich machen soll... äh, wollte. Das kann ich ja später machen, wenn ich hier jetzt, äh... die Erde platziert habe. So, ah, ja, sieh da rein. Schönes Spiel. Hab ich... Boah, wann habe ich das zuerst ins Spiel? Zwei Jahre, glaube ich. Wo ich das zum ersten Mal gespielt habe, das war vor zehn Jahren. In der dritten Klasse, glaube ich, war... war es das. Oder war ich da dritte Klasse vor zehn Jahren? Ja, 2013, ja klar. Vor zehn Jahren war ich dritte Klasse, stimmt. Und jetzt gehe ich immer noch zur Schule, ist ja voll peinlich irgendwie, wenn man bedenkt, dass ich da nur mittlere Reife habe. Naja. Gut, ich glaube, das hier klatsche ich jetzt auch noch weg, dieses ganze Dingens hier. Passt zwar schon ein bisschen zur Landschaft, aber das muss weg. Moment. Bevor ich hier wieder neue Stöcke crafte, schaue ich lieber in der Box nach. Okay, ich habe keine Stöcke, oder? Moment. Achso, das waren nur Pfeile, okay. Ich halluziniere schon. Bei mir schwimmt gerade alles in meinem Blickfeld. Alles total verzerrt. Ne, natürlich nicht. Sag's ja bloß so, damit es lustig klingt. Ich will dich nicht schlagen. Ha! Ich habe dich nicht geschlagen. Jetzt geh weg. Ich will dir nicht wehtun. Was wollt ihr von mir? Ihr seid nur Kühe, ich will Schafe. Ich muss solche Fetterschwehe wie ihr. Oh, jetzt habe ich sie beleidigt. Na, beleidigen darf ja. Das ist keine Sünde. Steht nicht in den 10 Geburten drin. Oh Gott, jetzt werde ich hier voll zum Priester. Ich schmörs euch. Ach ja, das ist einer meiner Lieblingsmusik in diesem Let's Play. Die Siedler 4, Romans-Theme 5. Falls ihr es euch selber anhören wollt, auf YouTube, habe ich mir runtergeladen. Ja, ich habe es mir runtergeladen. Da brauchst mich gar nicht so anzustarren. Geh weg, komm. Ich will nichts von dir. Schau anders hin. Du schaust jetzt weg. Da schau, da ist ein Dschungel. Ja, die Kühe schauen nach, was wir da bauen. Die sind halt neugierig. Aber ich wäre auch neugierig, wenn ich die ganze Zeit nur in den... die ganze Zeit nur hier herum grasen würde. Und dann kommt es so ein seltsames Wesen und baut irgendwie was hin. Da wäre ich auch neugierig. Ich kann es nachvollziehen. Ich bin ja selber ne halbe Kuh. Muuuuh. Runter von meiner Crafting Table. Die ist made by... Made in France. Runter da. Wo geht es jetzt da runter? Keine Manieren. Na gut, ihr seid ja auch kühl. So, okay. Ich glaube, ich lasse jetzt die ersten Pfeiler für das richtige Haus. Und zwar baue ich erst ganz einfach. Und zwar soll hier der Eingang sein. Ungefähr. Ich möchte es hier ungefähr als Langhausstil bauen. Ungefähr. Ein schönes Langhaus. Wäre gar nicht so schlecht. Genau. Gut, dann fange ich mal an. Erstmal ein bisschen Berechnung anstellen. E ist gleich MC2. Halt, nein. Verschiebe Rechnung. Ach komm, scheiß auf Berechnung. Ich baue es jetzt einfach nach Gefühl. Das mache ich eigentlich meistens so. Und dann sieht man später meine Häuser an. Die sind total synchron, ne? Wenn man es nach Gefühl baut. So, und dann noch hier eins hin. Wir können ja unser Haus noch erweitern. Das habe ich auch vor. Das hier ist erst einmal der Eingangsbereich. Ah, hier habe ich es ein bisschen falsch berechnet. So, ja, 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 ja. Ich glaube, jetzt bauen wir wieder dieselbe Zigarettenschachtel hin, wie wir gerade hatten vorhin. Gut, hier ist, also ich baue, also wie gesagt, ich baue jetzt noch meinen Plan hin, wie ich das haben möchte. Hier können wir ja so ein, äh, so ein Angelsteg hinbauen hier unten. Und Felder, ja, wir können hier noch Felder hinbauen. Hier, Moment, ich zeige es euch schnell. Ja, hier oben können wir ein paar Felder hinbauen. Oder wir können es auch roden, damit es eben ist, das ganze Gebiet hier. Und dann können wir hier vielleicht noch das ganze Erde, dann können wir die Erde hier hinklatschen und dann da die Felder hinbauen. Also, wir haben mehrere Möglichkeiten, aber das ist halt sehr zeitintensiv, also da werden wir jetzt ein paar Pats brauchen. Moment, ich habe gar nicht gezählt, wie lange diese, die Abstand ist. Okay. Eins, zwei, drei. Verdammt, ich sehe die Kästchen gar nicht, wegen dem mieser Texte-Bettbewerb. Oh, jetzt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, wie gut, ich kann nach, ich kann nach, äh, gefühl gerichtig, äh, bis zehn zählen. Das sind jetzt sieben. Okay, sieben ist ein bisschen ungünstig. Aber ich möchte ja ein Langhaus haben, ne, dann müsste ich eigentlich fünf machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, ne, eins, zwei, drei, vier. Ach komm, Shitstorm. Ich habe keine Ahnung, was Shitstorm ist. Aber trotzdem sage ich's. Okay, ich glaube, der Apart wird langsam ein bisschen zu vulgär. Ich glaube, das wird dann ein bisschen zu klein. Kommt mir irgendwie so vor, ich möchte ein großes Haus haben, damit ich möglichst viel Platz habe. Aber die Frage ist, brauche ich überhaupt so viel Platz? Hm. Gott, ich kann sie nicht arbeiten, wenn ich müde bin. Müde ein Haus berechnen zum Bauen. Ah, da ist gerade ein Baum gewachsen. Das geht nicht. Ich kann das noch nicht. Ich kann doch kein Haus bauen, während ich müde bin. Das geht nicht. Das können höchstens ein paar Pro-Architekten. Ich glaube ich nicht. Na gut, ich glaube, ich beende den Part hier auch an dieser Stelle und ja, wir haben in diesem Part voll viel erreicht. Wir haben Holz gesammelt und ja, ich glaube, das schneide ich in einem Part zusammen. Dann geht's im nächsten Part weiter und diesmal nicht müde mit dem Bau des Hauses. Vielleicht habe ich bis dahin auch schon einen Plan gemacht, wie ich das haben möchte. Naja, also dann bis gleich oder bis zum nächsten Part. Also, ciao!